20. März 2019 0 Uhr 3, DPA Die Torten von Efi Sachen Wacher Steele sind begehrt. Foto, Karl-Josef Hildenbrand Archiv Quelle, DPA Berlin DPA, glänzende Glasuren, perfekte Buttercreme und jede Menge Stress, sechs Wochen sind prominente Anruhe Schüssel und Backofen ordentlich ins Schwitzen gekommen. Aktuelle Prominius Efi Sachen Wacher Steele, Ingolf Lück und Jasmin Wagner, besser bekannt als Blümchen, backen nun um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für die gute Sache. An diesem Mittwoch 20.15 Uhr treten sie bei Sat.1 im Finale von Das große Promi Backen 2019 gegeneinander an. Die frühere Biathletin Sachen Wacher Steele überzeugte die Jury nahezu jede Woche mit ihren Backkünsten und war früher auch schon in anderen TV-Shows erfolgreich. Wenn ich etwas mache, will ich es perfekt machen. Der Biss und das man es unbedingt schaffen will, ich glaube, das kommt schon vom sportlichen Ehrgeiz, sagt sie der deutschen Presseagentur vor dem Finale. Besonders stolz ist sie auf eine Torte in Igelform. Den Igel fand ich besonders schön und vorher beim Üben war er immer ein bisschen schräg und schief. Schräg und schief. Das wäre im Fall der Fälle bei der strengen Jury wohl nicht gut angekommen. Selbst ambitionierte Hobbybäcker staunen mitunter über die Kriterien bei der Kuchenverkostung. So legten die Juroren Bettina Schliebhake-Burchert und Christian Hümpfs vor einer Verkostung von Biskuitrollen das Lineal an, um den Durchmesser ganz genau zu überprüfen. Auch die Aufgaben selbst haben mit einem normalen Marmorkuchen wenig zu tun. Gefragt waren zum Beispiel ein Croc-en-Bouche, ein französischer Windbeutelturm und eine farbige Schachbrett-Torte. Bei einigen Aufgaben habe man vorher schon ein bisschen üben können, erzählt Sachsenbacher Steele. Aber die Rezepte aus den technischen Prüfungen kannten die Promis vorher nicht. Da stand manchmal oben etwas auf dem Rezept, das kannte man gar nicht richtig. Da hat man gar kein Ziel vor Augen und weiß nicht, worauf es am Ende ankommt, sagt die 38-Jährige. Aber zumindest bei ihr klappte es dann am Ende doch immer, auch wenn sie im Halbfinale noch mit Gelatine-Klümpchen in der Schillerlockensende zu kämpfen hatte. Etwas abenteuerlicher sah das im Laufe der Staffel immer mal wieder bei Komiker Ingolf Lück aus. Er ist für viele Zuschauer die Überraschung, schließlich hatte Lück vorher offenbart, noch nie wirklich gebacken zu haben. Trotzdem überzeugte er immer wieder und steht im Finale, dort macht Lück dann zum ersten Mal Bekanntschaft mit einem Soufflé. Ausgeschieden aus der Show, deren mehr als dreistündiges Halbfinale in der vergangenen Woche im Schnitt 1,95 Millionen 6,8 Prozent Marktanteil sann, sind etwa Xbox-Profi Axel Schulz und Musiker Jill O'Farim. Die niederländische Moderatorin Mareike Amado äußerte schon ganz zu Beginn der Staffel Zweifel an ihrem Können, schließlich backe man in ihrer Heimat nicht, man frittiere. Und für Finalistin Sachenbacher Steele hat der Erfolg auch ungeahnte Nebenwirkungen, ich stehe jetzt total unter Druck, soll bei Kita und Familien feiern tolle Torten mitbringen, scherzt die Mutter zweier kleiner Mädchen. Am Mittwoch wird Moderatorin Elie van der Maiklo Kirstan noch ein letztes Mal in dieser Staffel sagen, auf die Plätzchen, fertig, backt. Wer die drei Aufgaben, ein Soufflé, Großtater mit Apfelzimtfüllung und als Höhepunkt eine schräge mehrstöckige Torte namens Topsi-Tövi am besten meistert, darf sich dann Deutschlands bester Promi-Bäker nennen. Wagner, also Blümchen, gab sich vorab in einer Mitteilung philosophisch. Backen ist wie das Leben. Man weiß nie, was passiert, und wenn man sich zu sicher ist, kriegt man die Backklatsche ins Gesicht. Anmerkung der Redaktion, diese Nachricht der Deutschen Presseagentur dpa ist Teil.